Papst Franziskus hat sich überraschend von Kardinal Müller getrennt. Er verlängerte die Amtszeit des Leiters der Glaubenskongregation nicht. Müllers Nachfolger wird der bisherige Sekretär der Glaubenskongregation, Luis Francisco Ladaria Ferrer. Ladaria ist Spanier und Jesuit. Kardinal Joachim Meissner ist tot. Der ehemalige Kölner Erzbischof war am frühen Mittwochmorgen während seines Urlaubs in Bad Füssing friedlich eingeschlafen, wie es hieß. Meissner wurde 83 Jahre alt und stand von 1989 bis 2014 an der Spitze des Erzbistums Köln. Später lebte er in Köln im Ruhestand. Meissner war einer der profiliertesten Kirchenmänner in Deutschland. Er wurde 1933 im schlesischen Breslau geboren. Zu DDR-Zeiten war er zunächst Weihbischof in Erfurt und Bischof in der geteilten Stadt Berlin. 1989 wechselte er auf Wunsch von Papst Johannes Paul II. an die Spitze des Erzbistums Köln. Papst Franziskus hat sich in den Fall des todkranken Babys Charlie eingeschaltet. Der elf Monate alte Säugling aus Großbritannien hat eine seltene Krankheit und starke Hirnschäden. Seine Eltern bitten öffentlichkeitswirksam um Hilfe. Das päpstliche Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom hatte angeboten, das Kind aufzunehmen. Eine Verlegung ins Ausland geht aber aus rechtlichen Gründen nicht. Papst Franziskus hat deshalb nun vorgeschlagen, das Kind zum vatikanischen Staatsbürger zu machen, um behandelt zu werden. Der frühere Vatikansprecher Joaquin Navarro-Walls ist am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren in Rom gestorben. Er war bis 2006 über 20 Jahre Leiter des Vatikanischen Presseamtes und enger Mitarbeiter von Johannes Paul II. Auch unter Benedikt XVI. war er ein Jahr lang Pressesprecher, bis Federico Lombardi ihn ablöste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017